Servus Leute, heute habe ich ein Raid für euch auf Streets, es war mit einer der letzten im Halloween-Event rund um Zraki mit dem Ritual und ja, gute PvP-Begegnungen, ein bisschen Action rund um das Ritual, die Beschwörung da und ja, ein guter Spannungsbogen im ganzen Raid. Ich will nicht zu viel spoilern, schaut's euch einfach an. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, Twitch.tv slash Outsider, würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Nur vier Level für Stärke-Elite, ja, da geht's aber. Das Ding ist halt schwer, dass auch mit Stärke-Elite ist man halt recht schnell Overweight damit. So, wie wär's mit nem Ding hier? Bloody Rusted. So, wie bin ich denn? Da, wo ich hin will, hat es geschossen. Ja, ich habe eine Quest und ich mag Streets sehr. Ich konnte so lange kein Streets spielen. Er mag Streets nicht so sehr. Timing ist off. Wirklich unlucky Timing-Bean. Aber looten kann ich den auf keinen Fall. Der liegt da viel zu offen. Das ist am Anfang der Runde auf keinen Fall. Geht nicht. Hier ist jemand. Hier ist jemand. Kaiwa, danke schön für fünf Gegiftete. Oh, die ersten fünf überhaupt. Wir hatten eben den fetten Hype-Training. Danke für die Fünferbombe schon wieder. Kaiwa. Die ersten überhaupt sind die wichtigste, die ich gehört. Vielleicht ein bisschen Ding-Ding-Ding-Ding und Hype sehen. Genau. Danke für den Support. Danke für den fetten Support. Danke für den fetten Support. Egal. Kaiwa, ich habe zu danken. Danke für die fünf Subs. Danke für die fünf Subs. Danke für die fünf Subs. Sechser-Armor-Killer-Helm am rumschleichen. Schau. What? What? Okay, ich habe nicht gedacht, dass er so ein Gear hat, aber naja, umgefallen ist umgefallen. Er ist ein Cheater. Jawoll. Level 22, ja, ich musste trotzdem mein Gear abnehmen, es tut mir leid. Das ist ja, okay. So. 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 Ja, ich habe den Helm durchgedeppert. Ist die Sache, wo save ich das? Ist ja in der 58 Kilo. Ja, ich habe den Helm durchgedeppert. Ja, ich habe den Helm durchgedeppert. Ich habe den Helm durchgedeppert. Das Ding sieht hier niemand. Hat bestimmt gut geklingelt. Das glaube ich auch, ja. Das glaube ich allerdings auch. Das war das Case 2. Nee, die Tasche samt Inhalt bekommt man nicht zurück. Das wäre ein bisschen hart, ne? Du findest das? Good luck, Fest. Wenn du das findest, mach Screenshots an mir Bescheid. Kann das sein, dass das ein... Äh. Das war Fahna Duta war? Nee. Alter, ich bin sowas von schwer. Jetzt könntest du einfach einen Rucksack nach dem nächsten voll machen. Und den immer überall in die Map rein droppen. Oh. Event Exprojection. Ah, GG, Mann. Ja, die Jungs. Ich weiß, wie die unterwegs waren. Die haben sich halt gedacht so, yo. Wir gehen heute mal Full Gear. Bringts wetten. Bauen sie jetzt nicht mehr. Oh, boy. Back to SVT, ja. Ich schaue mal kurz oben. Ritual in progress. Ah ja, okay. Das ist bei K-Bahn. Wir schauen hin. Diese Rüstung. Besonders mit Level 22 bist du halt so schwer. Und kannst es halt kaum durch die Gegend schleppen, ne? Das ist zwar respektables Gear, aber du bist einfach sowas von schwer. Ja. Oh. Ja, ich bin unnummer. Denken nicht so schwer. Ich rühre sie. Oh. Oh. Ja, ich bin nicht mehr. Oh, okay. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Sorry. Richtig. Level 51. Richtig weggeschimmelt, den Kollegen. Richtig. So, Ritual, ey. Das ist ne gute Idee, ist. Wie ist der Timer? 3.26, ey. Oh no, das ist ganz da hinten. Ach du Scheiße, ey. Ich dachte, das wäre viel näher. Hinten blinkt's schon. Ich hoffe, hier sitzt niemand. Geh da drüber. Oh, Scheiße. Ne, man weiß nicht, wie lange. Ich denke, es kann dann jeden Moment auch vorbei sein, das Event. Oh, Bitcoin. GP coin. Scam coin. GG. Oh man, 1.55. Kann man schnell meinen Rucksack wegbringen. Ah, das war vielleicht jetzt ein bisschen... Gänder's. Maybees. Ah! Ja, das war. Oh! Wo choice! Was? Das war Geh, geh, geh Wo muss hier ein Spieler sein? Geh es Das war's für heute. Ich weiß nicht, ob es zwei sind. Ich weiß nicht, ob es zwei sind. In die Richtung! fucking hell der steht jetzt da oh ja das ist vielleicht auch ein stück hinweg ich glaube ich ist da drauf gegangen hey wir laufen schon eh aus servus die louis zum wohl Glaube ich auch nicht, Robby Slime. Das war's für mich. Warum, blablabla? Ich bin mir nicht sicher, ob der tot ist. Könnte tot sein, Herr Käpt'n Duft. Ja, guten Morgen, Tag. Nein, 39 Monate schon. Danke für den Tier 1, willkommen zu einem Abo-Fallet. Schön, dass Du schon so lange hier bist. Wie geht's, servus. Eieieiei, ey, ey. Eieieiei, ey. What the fuck, hockt da ja auf einmal die eine direkt vor mir. Oh man. Hey, wo geht's los? Ah, das ist der hier, den ich umgehauen hab. Okay. Oh man, Sevent ist immer noch, ja? Okay. Okay. Okay, ich muss zum Expo-Checkpoint. Ja, ich weiß, die Messer bringt 20 Carbon Trader. Äh, Buckies waren das jetzt halt, ja. Oh boy. Oh boy. Okay. 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 Exit offen. In dem Fall Expo-Checkpoint. Richtig eklig, ja. Expo-Checkpoint ist richtig hart. Geht gut mein Holz bei mir auch. So soll es sein, ne? Hey, Glasi. Ich mein Jetzt ist Halt schon Recht viel Zeit vergangen Seit dem Event, von daher Der spielt mir in die Karten Aber hier an diesem Exit Übel, man Richtig übel Ich kann halt überall alleine hocken Der Exit Card Leider nein Aber es könnte jeder Jeden Moment soweit sein Dass das Event zu Ende geht So lange wird es nicht mehr gehen War das eine gute Runde? Weiß ich nicht Mach mal Hallo YouTube Komm mal Hallo YouTube Macht mal Hallo YouTube im Chat Sicher Ich glaube 4 PMC Kills Und dann das Event gecleared Und noch alles rausgebracht Eigentlich ganz okay Da waren sogar 5 Kills Ich weiß nicht wer das am Anfang war Ah das war der auf der Straße Kann es sein Mit einem schlechten Timing Ja ne Auf jeden Fall eine lange Runde Alle mal Hallo YouTube im Chat Natürlich Gruße an alle Die auf YouTube gerade zuschauen So Machen wir hier einen Marker Und I've been counting days To get away To see you again See you again Been fighting ways To get away To see you again See you again